Die VESPA Mitteleuropäische Konferenz greift die Themen auf, die von unseren Mitgliedern uns herangetragen wurden. Im Moment sind heiße Themen zum einen die Standardisierung im Großformat Druck, aber auch Umweltthemen. Dazu haben wir hochkarätige Referenten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gewinnen können. Wir werden Praxisbeispiele dort erleben, Lösungsansätze von den Experten und uns mit dem Thema der Standardisierung auseinandersetzen, dem Spagat zwischen der Perfektion und der Ökonomie, aber auch dem Wunschdenken und der Umsetzung, die es im Moment schon gibt beim Prozessstandard Digitaldruck. Die Veranstaltung selbst wird am 24. Oktober im Charlton Hotel Frankfurt am Main am Airport stattfinden. Verkehrstechnisch sehr gut gelegen, erreichbar über Flieger, Auto, Bahn. Gesponsert übrigens von Nimaki, GMG und HP. Und ich kann eigentlich nur jeden einladen, dort herauszufinden, mit welchen zukünftigen Themen wir es zu tun haben, welche Herausforderungen im Bereich Qualität und Nachhaltigkeit uns beschäftigen werden und wie wir denen begegnen können. Vernetzen Sie sich mit europäischen Experten im deutschsprachigen Raum und lassen Sie sich von den Lösungsansätzen und Best-Practice-Beispielen inspirieren. Mehr Informationen dazu finden Sie auch auf der Website unter www.vespa.com. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu können und wir sehen uns in Frankfurt am Main. Vielen Dank.